Okay, okay. Hast du mir was, Aldi? Wer hat mir Rabi gespuckt? Das Schwein. Hast du mir Rabi gespuckt? Hast du mir Rabi gespuckt? Hast du mir Rabi gespuckt? ...zu mir Rabi gespuckt. Die Flucht ist vor uns zu tun. Das geht jetzt in Rallymen raus. Der hat einen Nervenkupfel in den Boden. Er hat auf der Schulter ... Nein, auf der Schulter. Der ist auf dem Punkt. Das ist so. Schon? Nein. Wer? Ja, weißt du, da kann man sein. Ah, ja. Wenn Leute hier starten, sind viele Leute, und du schützt werden wohnert. Geh in die Chancen und du schützt wird! Entschuldige Tonne von Attil, und du schützt. Geh in die Händen. Applaus Vielen Dank für's Zuschauen!